Leute, herzlich willkommen zurück zu der Gutsche-Weiß-Situation. Zumal sind wir irgendwo, glaube ich, gefangen oder so? Sind, glaube ich, für die Tinos geflüchtet? Okay. Ähm. Los, als ob. Ähm. Aber wie denn? Was willst du denn? Ähm, mit dem? B, okay. Mit dem, ne? Ne, den. So. So, mach mal, bitte. Richtiger Hacker. Aha. Direkt anzahlen. So, ein Hacker. Ach so, äh. Aha. Okay. All-Hack-Hack-Geschickt. Und? Weil man auch nicht so rüberkommen kann. Diese unsichtbare Mauer. So, ich nehme mich gleich den. So. Und was hier machen? Mit, ne? Ne. Ne? Ne. Dachte. Weil, ab und zu ist es sehr so viel. Oh. Hm. Oh. Nö. Anscheinend was zum Zusammenbauen. Oh. Eine Kletterwand. Ich bin stolz auf dich. Ja. Der Zug ist abgefahren. Also. Weil man auch nicht so rüberkommen kann. Können doch auch nicht klettern oder sind sie zu dumm. Ach so. Ah, ich sehe es schon. Da. Ach so, ne. Kann der das? Ne. Denn der. Danke für die Hacks. Super. Ähm. Reparation. Schade, dass da niemand reingeflogen ist. Ja. Wahrscheinlich. Der. Keine Angst. Ich weiß was. Jetzt. Ach. Reparier schneller los. Sonst bist du gefeuert. Okay. So. Bitteschön. Was macht der? Aha. Aufbögen. Gehleudelsteine bleiben unten. Ne. Dachte schon. Und jetzt pumpt der nicht weiter. Schade. Dachte jetzt überschwemmt das alles hier. Weiter. Danke. So. Wer will Schläge? Er geht einfach halt alleine. Kommt drauf an. Auf was? Was für ein Saurier, die da im Labor zusammengerührt haben. Gehege 11. Hier ist die Zentrale. Sie müssen das Gehege sofort verlassen. Gehege 11. Hören Sie. Was ist das Problem? Er ist im Käfig. Mit Ihnen zusammen. Wenn er T-Rex-DNS besitzt, kann er vielleicht nur Bewegung wahrnehmen. Also ganz langsam. Oh Mann. Wir sind erledigt. Wir werden gefressen. Hier wird niemand gefressen. Wollen wir wetten. Aber sicher. Okay. Vielleicht frisst er uns. Er wird doch Knorkel. Also ich würde es feiern. Okay. Wo soll ich hin? Da. Okay. Es gab einen Kurzschluss. Alice benutzt ein Schockgewehr, um den Schocken wieder anzustellen. Warte. Okay. Hat der nicht? Hat der? Okay. Hat der vielleicht? Ich meinte er nicht. Okay. Brauche ich den? Vielleicht ist er irgendwo noch was? Nee. Nicht der? Was der? B gedrückt. Genau. Sweet. So. Oh bitte frisst uns. Ja, geil. Schade. Was soll ich jetzt machen? Okay. Ja. Und jetzt? Foto machen wollen wir. Okay. Ich finde den cool. Oder machen wir oder was? Okay. Ich habe B gedrückt und er macht nichts. Okay. Soll ich ihn machen? Ich könnte irgendwie hinter ihn gehen. Schwarz hoch und dann. ihn voll in die Fresse boxen. So wie er das tun würde. Hm. Aha. Ich habe es gewusst. So. Ähm. Notwahl. Ach nö. Muss nicht. Kann nur so sein. So. Was wird das? Aha. Ein Hase. Jetzt? Ja, bitteschön. Tschüss. Der ist voll cool. Kann er nicht einfach uns fressen? Er hat den Haufen kaputt gemacht. Er hat was anderes kaputt gemacht. Okay. Wo ist der? Da. Endlich ist er mal nützlich. So. Was jetzt? Ich möchte er nicht. Okay. Aha. Einfach. Okay. Aber hoffentlich kriege ich den. Ist ja mega cool. So. Ist es da hinten? Foto. So. Jetzt brauche ich das. Ja. Ist das wieder das Hextil? Ne. Hochkellern. Für irgendwas. So. Spring du mal hoch. Keine Ahnung, wenn ich da brauche. Ähm. Äh. Ah. Gut, dass du kommst. So. Äh. Wenn man schon vom Teufel spricht. So. Und der jetzt? Ah. Aha. Leute. Komm echt gut voran. Essenszeit. Sorry. Hey Leute. Hey. Da. Essen. Hallo. Tyranus Weisorex. Ah. Okay. Und jetzt? Fotografieren. Ne. Okay. Okay. Jetzt wahrscheinlich nächstes mal umgucken. Und jetzt sieh weg, oder was? Du musst das öffnen. So. Hä? Ich hab gedrückt. Ah, ich muss ja mal warten, bis es vollendet ist. Okay. Tschüss. Damn. Evakuieren Sie die Insel. Sie hat ein Implantat in ihrem Rücken. Ich kann sie vom Kontrollraum ausordnen. Der Park ist eröffnet. Super. So cool. So. Ein paar Münzen. Ja, ich würd's eigentlich nicht sehen. So, 48. Kann man mitleben. Ähm. Minikit. Eins. Zwei. Wir level abgeschossen noch, oder wie? Oh, Grady. Barry. Aufseher, Nick. Pfleger, Alice. Parkgestellter, Angestellter, Jurassic World. Hm. Jurassic Airbauer. Buggy. Transporter, Jurassic World. Ah, wir sind bald durch. Moskito im Honig. Physipalus... Physipalus... Physipalusaurus. Sorry, wenn ich die nicht aussprechen kann. Ja, wir sind nicht schon. Level abgeschossen. Geschichte fortsetzen. Oh. Aha. Was ist das denn? Äh, was ist hier los? Fühlt sich an als... Äh, oje. Manchmal kommt es mir vor, als wäre ich derjenige, der 65 Millionen Jahre alt. Ja, man kann hier rumlaufen jetzt. Ich will auf Erkundungstour. Ist ja cool. Das ist richtig Choral. Bitte beachten Sie, die westliche Promenade ist momentan gesperrt. Wir hoffen, Sie ihn schon bald wieder zugänglich machen zu können. Aber wir machen das erstmal die Story. Also, wir machen nur die Story. Weil den restlichen Part mache ich brigad. Jo, jo, jo. Wie viel? Äh, vor. Können wir vielleicht noch einen Checkpoint erreichen? Dürfen wir da rein? Unsere Tickets gelten für den ganzen Park. Kommst du da durch? Ja. Du hast dieses Teil schon mit dem Rade zusammengeflogen. Was ist da jetzt irgendwie? Okay, geht nicht. So. Jetzt, ne? Ja, cool, dass wir das selber machen. So. Ja. Bestimmt weiß ich das. Klasse. Sieht echt gut aus. Weiter so. Ja, mach ich, mach ich. Ja, genau so muss es sein. Danke. Ja, du, kein Problem. So. Beide Damen und Herren, Jung und Mädels, darf ich vorstellen, der größte Dickschäde der Kreidezeit, der Pachycephalosaurus. Der Schädeknochen des Pachycephalosaurus wird bis zu 25 Zentimeter dick. Der beste Abort in freier Natur. Vorausgesetzt bei den kurierend wuchtigen Baumstämme. Wollen wir mal sehen, ob er es mit diesen massiven Steinsäulen aufnehmen kann? Und das hat was mit der Story zu tun. Ja, anscheinend. Los. Hä? Was soll ich denn machen? Ich hab doch alles gemacht. Hm. Ja, hab ich doch eben gemacht. Ja. Ja. Das mach ich gleich mit dir, wenn du nicht aufwürst. So. Oh. Babys. Ey. Tja. So. Tschüss. So. Was soll das? Danke, danke, danke schön. War toll. Super. Okay. Jetzt können wir... Was? Sollen wir rüber? Oh mein Gott, ist das ein langer Weg. Weg da, sonst... Achso. Kann man nicht boxen? Schade. Hätten sie verdient. Spaß. Aber naja. Man weiß sehr ab, wann was Spaß ist und so. Hier ist eine Info. Brauch nicht. Wir warten, während wir aufgeräumt haben. Einen schönen Tag noch. Das nächste Mal, wenn Leiter Uhr er hat, kannst du allein für ihn übernehmen. Ich möchte doch nur... Finde er uns überhaupt richtig. Muss ja, ne? Wir hätten früher abbiegen können, oder? Nee. Ah. Schlau spielen. Schade. Ich dachte, das wäre ein... Äh, Autoscooter. So. Ich sehe, die Zeit rennt vorbei. So. Wie gesagt. So. Nee, ne? Nee. Müssen wir mal irgendwie... Ah. Okay. Vielleicht, Leute, ein Techniker ist schon auf dem Weg. Hoffe ich. Wenn das nicht so lange dauert. Oh Mann, wir müssen uns schon an meinem ersten Tag feuern. Das Gleis für die Gyrosphären ist kaputt und niemand repariert ist. Hier. Hätte ich doch bloß Rasen mähen als Ferienjob angenommen. Ja. Hätte. Die werden mich doch nicht feuern. Zumindest nicht hierfür. Aber ich schulde euch was. Was ist das? Alles klar, Leute. Das Fahrgeschäft wurde wieder eröffnet. Das wurde aber auch Zeit. Okay. Muss ich damit fahren? Weiß ich nicht. Genieß die Fahrt. Danke. Okay. Ich muss jetzt... Wohin? Da. Was hat das damit zu tun? Ich sag dir. Wahrscheinlich hier, oder? Komm ich da hin? Nee, ne? Vielleicht damit. Okay. Das ist ja Choral von dir. Ey! 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 Wie erwähnt, das ist ein Geheimnis. Also sagt niemandem, dass ihr es von mir wisst. Sekunde. Überwachen die eigentlich den Funk? Das tun wir, Marty. Äh, äh. No hablo espanol. Ja, Leute. Dann würde ich sagen... Das war's für diese Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Und bis dann. Ich würde sagen...